hier aus dem dschungel camp hier was ist mit dem benjamin los hier hängt da hinten in der eck rum hier du weißt du hier ganz traurig hier guck ein bisschen deppelt durch die gegend und ich weiß nicht hier so viertelstunde ist her weil er erzählt hier auch hier 20 millionen platte hätte sie verkauft und zwar davon haben sie selbst sich gekauft da irgendwie zum ahören und auch hier ist brauche ich ja wieso die net die ganze 20 millionen von den schallplatten gekauft habe hier nur zwei stücke soll das hier und jetzt hängt er da in der eck rum hier weißt du hier und wenn die prüfung kommt hier an der kapauer und ruft auch vielleicht noch hier ich bin ein stark hol mich hier raus hier also wahnsinn hier bis dann macht es gut hier sprich die schwindsucht hier